Köln, Sophia Thiel und Björn Cattilato sind raus bei Let's Dance, doch ging beim Voting wirklich alles mit rechten Dingen zu? Falsche Telefonnummern eingeblendet? Zuschauer wittern bittere Panne. In der letzten Let's Dance-Ausgabe, 19. April, hatten die Promis nach dem temporären Partnerwechsel endlich ihre Profis zurück. Doch gleich zwei Paare haben zum letzten Mal zusammen getanzt. Sowohl Sophia Thiel, 29, und Alexandru Ione, 29, als auch Björn Cattilato, 39, und Martha Arndt, 34, konnten weder die Jury noch die Zuschauer genügend überzeugen und sind raus. Doch hängt das auch mit einer Bittenpanne zusammen? Die Fans vor den Bildschirmen jedenfalls waren zwischenzeitlich sehr irritiert von den angeblendeten Telefonnummern. Was war geschehen? Björn und Martha legten die erste Performance des Abends hin, nach dem Juryurteil dann die Verwirrung. Obwohl der Glücksguru den ersten Tanz hatte, mussten die Fans die NCFFA 02 wählen, um ihn zu unterstützen. Für die Zuschauer ergab das jedoch keinen Sinn und sie vermuteten eine Panne mit Folgen. Auf X schreiben verwunderte User, wieso kam jetzt Björn zuerst? Nach den Telefonnummern haben doch Jana und Wadim die 01. Ist er jetzt Startnummer 01 oder 02? Nicht, dass hier Anrufen nicht gerecht zugeteilt werden, oder, war da nicht gerade die falsche NCFFA eingeblendet? Auch die Endziffern der anderen Promis waren andere, als sie der Reihe nach hätten sein müssen. So war nach Björn Jana Wosnitsa an der Reihe, 30, die jedoch nicht die NCFFA 02, sondern 01 hatte. Die simple Erklärung, in der Ausgabe zuvor, Show 6, flog niemand raus, die Stimmen wurden jedoch trotzdem gezählt und zu den neuen Anrufen addiert. Und damit diese eben richtig zugeordnet werden können, trugen die Promis dieselbe Entziffer wie in Folge 6. Es ging also alles mit rechten Dingen zu. Also war das chainste, das war das Chirpe 1. Wir können. Wir können. Wie geht's. Wir können. Untertitelung des ZDF, 2020